Einmal im Jahr traten die Menschen der Siedlung geschlossen vor ihre Häuser. Die meisten lebten und wohnten in meiner Nähe. Wir sahen gebannt zu, wie irgendein Verwaltungsbeauftragter gemächlich die Straße entlang schlenderte, um pünktlich unseren Unrat abzuholen. Alle ermahnten sich gegenseitig, nichts zu vergessen. Wir lebten in einer ärmlichen, jedoch liebenswerten Gegend, mit blickdichten Zäunen und immergrünen Hecken. Vieles war mir seit jeher vertraut, sogar die Amseln unserer Siedlung konnte ich voneinander unterscheiden. Beinahe alle Vögel, die sich hierher verirrten, kannte ich schließlich beim Namen. Einmal im Jahr verschwand aller Unrat aus unseren Häusern, der sich nur zu gerne in den Ecken und Kellern anhäufte. Mein Onkel meinte noch mahnend, bloß nichts davon übersehen. Man darf niemals vergessen, Entbehrliches und Verderbliches wegzuschmeißen, es anderswo zu deponieren. Die Verwaltung war ohnehin zu nichts anderem zu gebrauchen. Einmal im Jahr räumten und schleppten wir demnach allerlei Gerümpel in unseren Garten und all das, was die Behörde nicht haben oder entsorgen wollte, blieb unser Problem. Wir nahmen Streichhölzer und Feuerbeschleuniger und taten, was getan werden musste. Der Onkel sprach von den Brenntagen und irgendwann nahmen sich alle Nachbarn in unserer Straße ein Beispiel. Sie verbrannten Zeitungen und Möbelstücke, Gartenabfälle und Essensreste, Matratzen und Gummibaren. Sogar die einst so gern getragene und nunmehr verschlissene Kleidung übergab man der Obhut der Flammen. Später sprach man sogar vom Brauchtum. Am ersten Tag des Herbstes wurden fortan die Brenntage begangen. Die ganze Siedlung war schon in aller Früh auf den Beinen und pünktlich, wenn die Sonne sank, ging die Vergangenheit und als solche waren die allerlei unnütz gewordenen Dinge zu sehen in Flammen auf. Lauffeuer züngelten entlang der Gassen und Gässchen, in ihrem Schein sah ich die Nachbarn, die entfernten Verwandten und Bekannten, allesamt guter Stimmung und voller Inbrunst. Die Brenntage sind das Beste, was unserer Siedlung passieren konnte, behauptete mein Onkel, sichtlich stolz Urheber dieses Spektakels zu sein, das tatsächlich auch einen praktischen Nutzen hatte. Was das Feuer verschmähte, Metallteile, Steingut und ähnliches, wurde anschließend im Garten vergraben, gleich neben den Grill- und Feuerstellen. Mit nahezu religiösem Eifer hoben die Menschen unserer Siedlung Gräben und Gräber für ihre Vergangenheit aus. Darin landeten Matratzenroste und Kachelöfen, Motorenteile und Rasenmäher, Mikrowellen, Kleiderbügel und was sonst noch das Herz nun nicht mehr begehrte. An meinen ersten Brenntagen verbrannte ich alte Kuscheltiere, irgendwann in Ungnade geraten, ausgediente Relikte einer immer ferner gewordenen Kindheit, manchmal fordernd, bisweilen glücklich, ich kann mich viel zu gut daran erinnern. Nach und nach übergab ich sie den Flammen, die Stoffhasen und Katzen, Drachen und Blühspeeren, kein einziges sparte ich auf oder hielt es zurück. Ein seltsamer und merklicher Ruck ging durch ihre Körper, kurz bevor sie die Flammen vollends erfassten, blickten sie mich vorwurfsvoll an, braune, grüne und schwarze Knopfaugen, die einst mit mir lebten, irgendwann in Vergessenheit gerieten und nunmehr langsam verkohlten. Viele Erwachsene bringen es nicht übers Herz, sich ihrer Stofftiere zu entledigen, sagte der Onkel, und er drängte mich, mir alles wohl zu überlegen. Du gibst deine Welt auf, weisst aber nicht, ob es für eine neue langt, und schon gar nicht, ob du darin Halt findest.